Let's go, wir spielen Among Us. Ich spiel nicht mit, ich spiel nicht mit. Among Us, let's go. Among Us, Among Us, Among Us. Ich will mein Weiß wieder haben. Oh mein Gott. Okay. Wo ist dieses Romino Ding da? Hier, hier. Ich will mein Weiß wieder haben. Hey, komm zurück. Gib mir mein Weiß wieder. Der will unbedingt seine Farbe haben hier. Ich will mich verfolgen mit den anderen. Hey, was passiert? Ich bin gleich wieder da, eine Sekunde. Komm, wir Pennen raus, Mo. Hey, warum, 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 was passiert? Er verfolgt mich, er will mich killen, weil ich sein Weiß habe. Oh, ich hätte ja schwarz nehmen können. Oh Mann, oh. Er will sein Weiß wieder haben. Ich will mein Weiß wieder haben. Okay, also. Ohne, 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 wir wollten mich, damit er, damit er, damit er mich nicht killen muss. Alles klar. Ich kann doch gar nicht killen. Das würde ich jetzt auch sagen. Ja. Okay. So sagen wir dann Nina, dass wir sie wollten oder? Genau. Jo. Achso, stimmt, Nina, sie haben keinen Blöck, ne? Ich glaube, ich kann auch Nina. Nee, hör mal, hör mal Nina. Oh, okay. Okay, Twitch-Chat, ich kann euch wiedersehen. Der Bot an Grips an Strandfall rüber. Ja, unfassbar, ey, dass Twitch das immer noch nicht in Grips bekommen hat. Ey, das geht doch schon seit Jahren, sowas, oder? Wie viele Bots kamen da? 100.000 Bots, ey. Was soll man denn den komischen Leuten machen? Unfassbar, ey. Ich will mal einen Weiß wieder haben. Ja, geht's nicht. Oh. Okay. Ja, du bist gar nicht weiß, ja. Ups. Welche Farbe hat denn Ben? Oh, hm, falsch gewartet. Naja, schade, ja. Ja, ich hab falsch gewartet. Wen habt ihr gewartet jetzt? Ja, wir haben jetzt gewartet. Aber wen habt ihr gewartet? Nina. Der ist Dreamer. Dich? Mich? Dreamer zuerst raus, du kennst doch. Wir unterhalten den Chat jetzt. Gute Besserung, danke schön, ihr Lieben. Ja, das waren richtig viele, Michael, ne? Richtig nervig. Ja, egal. Könnte ich das auch nicht ändern. Ne, wie das gibt. Ich hab jetzt... Also ich setz mich da ganz bestimmt nicht hin und die Einzelnen rauslöschen, weil ich keine Hobbys hab, ey. Also ich bin schon kümmern. Ja, wir zwei Minuten lebenswert. Ganz ehrlich, YouTube kümmert sich auch drum. Wow. Na. Also Nina ist grad AFK und sagt... Hi, Hallöchen, Stella. Also ich bin ehrlich. Was geht? Ich hab jemanden gewartet. Aber kann ich die Alerts wieder anmachen? Sind die jetzt durch? Wir sind mal. Nee, sind wir nicht durch. Oh. 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 Schade, 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 dass du noch ausgeprägt hast. Weil der ist ja nicht cool. Ah, ich sehe. Wir dürfen nicht so viel freuen. Oh. Den Link angemacht. Ey, ganz ehrlich, ich mach das nicht. Soll sich Twitch drum kümmern. Also bei YouTube und bei anderen Plattformen kümmern sich ja auch die Plattformen drum. Ich hab zwei Leute gesehen. Einmal Nessie ist mir entgegengekommen und Pfeile Pandas mir entgegengekreuzt. Ja, ich bin gerade von Cafeteria. Wo bin ich denn gegen gekommen? Ich bin wieder da. Okay, Lager, Edmund, Cafeteria. Und Nessie ist drunter gelaufen und ich bin ins Lager. Ja, wir sind, wir kamen gerade von Cafeteria. Also ich zumindest. Okay, uh. Du bist mir eben bei Lager entgegengekommen. Ja, ich kam von Cafeteria und bin jetzt im Lager. Warte mal, ich will das gar nicht erklären. Ich war nur nicht einmal in dieser Runde im Lager. Ich bin links oben lang gelaufen, bin unten links. Ich stehe jetzt unten vor Electrical. Oder das war Lumi, eins von beiden. Hä, was denn jetzt? Auf jeden Fall, endlich bin ich im Lager. Oh, das ist null. Habe ich gesehen. Okay, also, Zusammenfassung. Ich bin im Lager. Wie ist es hier gerade der aktuellen Stand? Nessie ist es. Hä, warum bin ich es? Ich komme von Cafeteria. Geh runter ins Lager. Da hat mir der Rainbow, ist mir den Weg gekreuzt. Yo, habe ich gerade bestätigt. Yo. Warum bin ich es jetzt? Wo liegt denn die Leiche überhaupt? In Edmund habe ich. Ja, in Edmund war ich aber nicht. Es sind gerade zwei Leute an mir vorbeigelaufen zu Edmund. Ich war noch... Aber zwei sind durch Webins gelaufen. Wer war das? Wer war das? Ich habe auf jeden Fall ein Hesie gesehen. Es war noch einer. Der mir entgegen kam. Der nicht. Ja, wie gesagt, ich habe dich ja auch gesehen. Ich weiß, wenn wir da eine Pastellfarbe dabei sind. Ich würde sagen, Panda war dabei. Ich bin die linke Map-Seite. Ich schwöre dir bei Gott, ich bin die ganze Zeit, die linke Map-Seite gewesen. Wo ist Nina? Nina AFK oder was? Ich bin noch Cafeteria, ich war noch AFK. Ja, da musst du mich gar nicht gesehen haben, Nina, ne? Weil Cafeteria war ich ja. Ich war ja AFK. Du bist komplett AFK, aber du hast gar nicht... Ja, okay, gut. Lumi, 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 wo auch so nochmal. Also ich bin jetzt erstmal für Nessie. Die wurde rausgecallt. Okay. Hä? Leute, stopp mal, stopp, stopp, stopp. Da kann es auch ein Rainbow genauso sein. Weil, der Rainbow ist mir gegengekommen. Wo warst du? Matt Bay. Okay. Wie lass ist denn das? Hast du Panda gesehen? Nein. Gott, warum sagst du sie früher? Aber ich habe sie auch nicht gesehen. Sie war doch nicht. Sie existiert doch nicht. Ich fühle mich mit meinem Kopf gegen die Wand schlagen. Was will ich jetzt? Ich werde dafür, wieder einfach ein Double Kill zu machen. Fertig. Wie, der ist tot. Er ist ja auch noch tot. Warum? Äh... Fluffy, wir beide. Komm, wir sind in einem Team. Trust me. Was macht meinetwegen? Diesmal vertraue ich dir, wenn du wieder im Posten bist zum sechsten Mal heute Nacht. Nein, nein, nein. Ich schwöre, mein Gott. Ich schwöre, mein Gott. Ich schwöre, mein Ant-Man. Es war Nessie und Lumi. Was warst du? Ich bin disconnected. Ach, das war disconnected. Sehr gut, sehr gut. Das war sogar mein Guess. Das war mein Guess. Ja, das war auch mein Guess. Ja, das war auch mein Guess. Die wollte ich wenigstens raushaben. Ich wollte wissen, warum du es... Warum bin ich disconnected? Ja, wahrscheinlich einfach in Verbindung. Aber mein Team ist ja nicht abgestoßt. Das war doch völlig offensichtlich. Du, darauf habe ich geachtet. Äh, soll ich zu euch jetzt joinen oder soll ich eine neue Lobby aufmachen? Neue Lobby. Neue Lobby. Ich habe den Startbutton, wie ihr wollt. Nessie ist aus und ich bin weiß. Ach so, ja, danke. Ich habe den Startbutton. Soll ich starten, Nina, oder willst du eine neue Lobby aufmachen? Nee, aber dann warte kurz. Nee, natürlich warte ich. Nee, ich flache jetzt aber um. Nee, ich schaue jetzt aber umgekommen. Nee, ich schaue es. Nee, ich schaue jetzt aber umgekommen. Nee, ich schaue es ja. Leute, nicht vergessen. Ist der Daumen oben, wird man es loben. Abonnement gerne da lassen. Und das war eine coole Runde, oder? Nee, ja, da bin ich.